Und ja, ja, drei Mann zerrissen! Geil! Oh, oh, au, 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 au! Die Munition geht zur Neiker, ich muss mich heilen. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einem Stream, wieder außer der Reihe sozusagen. Und ja, mich hat es irgendwie geritten, jetzt hier Battlefield 5 mal wieder zu zocken, nachdem Battlefield 2042 für mich nur so ein Reihenfall gewesen ist. Ich habe es, glaube ich, vorgestern nochmal versucht, da gab es ja diesen Patch, den dritten. Es wurde nicht besser, im Gegenteil, es wurde schlimmer, ich konnte es gar nicht spielen, weil die Maus einfach nicht zu steuern war. Also ich konnte mich nicht steuern, ich konnte nur geradeaus gehen und die Maus nur vertikal bedienen. Mit links und rechts drehen war noch nicht viel, gab es irgendwo einen Hotfix oder mehrere Möglichkeiten, die du machen könntest. Zocker, Battlefield 5, ich habe gerade mal eine Runde gedreht. Bisschen eingerostet, habe es schon eine ganze Weile nicht mal gespielt, aber ich muss sagen, die Maps machen so viel mehr her. Ja, es ist, die Grafik ist so viel besser irgendwie, finde ich. Also für mich persönlich der Eindruck, das Gesamtpaket stimmt hier irgendwie einfach. Das ist, die Maps passen, die Fahrzeuge. Ich wurde, klar wurde ich auch mal jetzt gerade wieder vom Fahrzeug getötet, ganz klar, passiert. Aber es fühlt sich nicht so unendlich bekackt an, wie im Battlefield 2042, wo ich permanent nur vom Fahrzeug aufs Maul kriege. Es ist so, ich glaube nicht, jetzt kriegen die nie in den Griff, nie. Ich glaube es nicht. Oh, Underground, sehr schön. Sehr nice. Ich versuche mich erstmal wieder bloß als Sanitäter. Sound scheint ein bisschen arg laut zu sein. Oh ja, oh ja. Audio, Gesamtlautstärke. Machen wir es mal auf 50%. Dio, grüß dich, herzlich willkommen. Ist immer noch arg laut. Hallo, was ist denn da los? So, ich glaube, jetzt müsste es passen. Dann muss ich es für mich selber ein bisschen lauter machen, die Musik aus. Wo sind die Granaten? Die kommen gleich. Aber ich habe selber nicht so viel. Oh. Du hast es gesagt. Also, jetzt geht es schon los hier. Ich komme schon wieder mitten in ein Spiel rein. Ah. Das ist gar nicht mehr. Ah, Schnauze. Warte, ich rette dich. So, wie gesagt. Nicht so viel erwarten. Ich bin noch eingerostet hier. Medizin. Medizin. Ja, ich kann ja irgendwie, kann ich ja nicht so viel machen jetzt, weil... hier alles blockiert ist. Wir kommen irgendwie nicht hin. Aber... Man kann kurz mal... Schmiss jemand eine Granate. Meine Granate. Hilfe zählt als Kill. Geil. Ja. Fetzt. Macht auf jeden Fall. Danke, ich werde gerettet. Superb. So, jetzt ein Dankeschön rauspressen. Macht mir auf alle Fälle schon wieder viel. Wo kam der? Alter, hinter uns, Leute. Danke, danke. Geil, geil. Man rettet sich hier. Man ist bemüht, die Leuten zu helfen. Hier haben wir auch... Soll es auch nicht leiden wie ein Schwein. Da ist noch einer. Ach, der liegt da drüben. Alter, hat immer einen von der Schrottfinnel verpasst. Mann. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Warte, du konntest... Glaube ich hier... Ah, nee, das... Komme ich hier rein? Ja, jetzt. So, ich helfe. Schnell. Schützt meinen... zarten kleinen Arsch. Was hat man nun davon? Wenn man Hilfe an den Tag legt. Dio, wie geht's? Hast du gut geschlafen gestern? Nach dieser... Albtraumhaften Aktion. Es ist irgendwie... Du schleifst... Das Böse mit dir. Habe ich so... Den Eindruck. Über... Na, Mist. Die Granate liegt nicht gut. Äh... Das kann hier nichts machen. Der wieder hochklettert. Oh, verletzt er. Hopp. Hopp. Mann. Und wann müssen wir das überhaupt noch erobern? Hervorragend nach der Granatenaktion. Das freut mich. Wenigstens eine gute Tat. Dio konnte gut schlafen. Leute, Rettung naht. Rettung naht. Gut, dass ich hier war, Jungs. Kurz reinhalten. Teammate retten. Ei, das war meiner. Au! Mensch. Lasst mir doch die Rettung. Passt auf. Ich mache alles. Genau. Ich mache alles für euch. Danke. Das ist mein Job. Ja. Ne, ich gehe jetzt... Aua, Mann. Ich war doch schon 10.000 Meter weg hier. Verdammte Axt. Jetzt renne ich hier unten lang. Da besteht noch Hoffnung. Ah, der Mediziner bringt Menschen um. Benji ist auf Länge gegangen. Was hat er da so gespielt? Zurück ins Schlachtgebiet. Ins Kampfgebiet, meine ich. Ja, allzu viel kann man hier nicht mehr machen. Das ist halt... Warte, Medizin. Kommt. Da. Heile dich. Nein! So, Leute. Mauert mal hier nicht alles zu. Noch ist nicht Hopfenden Malz verloren. Wartet, Jungs. Nein! Die Granaten sind nicht so deine Freunde. Die Granaten und ich haben uns noch nie gut verstanden. Und es lag nicht an mir, Dio. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Ich bin offen für jede Beziehung, aber die Granaten führen ein Eigenleben in meiner Hand. Erik, was ist denn? Er ist fertig. Vesper. Ich streame. Aber danke fürs Bescheid sagen. Luca, grüß dich. Achtung, Achtung. Erik kommt. Moin. Ja, Erik war schon da. Danke fürs Bescheid sagen. Ich dachte erst, er wollte mich wieder mit irgendwas ärgern. Mit irgendwelchen Installierern, wenn man das spielt oder jenes Spiel. Überall zugemauert hier. Alter. Was ist denn raus hier? Ich will wieder dahinter markieren. Weg ist er. Schade. Jungs, hier unten. Im Untergrund. Ich rette. Mist, ich sehe nichts. Ui, ui, ich habe die Ziel. Medizin. Die Munition geht zur Neiger. Ich muss mich heilen. Was legt man hier von den Füßen, Mann? Au. Da war doch einer. Ui, 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 ui. Ey, ich bin der letzten Patroner. Warte, komm. Schnell, 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 schnell. Ui, 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 ui. Ja, Medizin. Die Munition. Geht ab hier. Warte. Schade. Aber da haben wir ordentlich aufgeräumt jetzt hier. Das hat mir gut gefallen. Ey, 23 Kills. Sechsmal gestorben. Das hat uns hier ordentlich gepusht. Deswegen bin ich da unten so gern. Deswegen hasse ich es, wenn ich so weit wieder hinlaufen muss. Aber das ist ja nur nichts zu ändern. Die wollen unseren letzten Sektor erobern, die Säcker. Aber das wollen wir ihnen doch so schwer wie möglich machen. Wieso habe ich ihn jetzt? Wieso habe ich ihn jetzt? Wo ist mein Gewehr hin, Aller? Werden wir... Warum? Fragen über Fragen, Mann. Schiss, Goyenno. Au, au, au. Au, 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 au. Sie snipen wie die Blöden. So, wartet. Ich will hier runter. Sollen wir noch ein bisschen stauben? So, wie viele haben sie noch? Oh, die haben noch 375 Leute. Aber das ist ja... Das ist schon der letzte Sektor. Was ist hier los? Au, Feuer. Au, 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 au. Medizin, Medizin. Nimm die gute Medizin. Sie schmeckt zwar bitter, aber sie hilft. Oh, au, 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 au. Zerreiße ihn, den Hund. Ja, ja, 3 Mann zerrissen. Geil. Oh, au, 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 au. Ich muss weg. Ey, die beste Runde meines Lebens. Möglicherweise. Was war mit ihm? Ah, da... Ey, wie er schräg an der Wand hängt, Alter. So geht das gar nicht. Das ist in der Realität unmöglich. Das können nur Schlangenmenschen. Und solche, die es werben wollen. Aber er sah mir nicht so danach aus, als hätte er die Ambitionen. Mann, hier gibt es hier wieder Meude zu retten. Matze hilft jedem. Nein, die Kanade hat eine Kacke. Ui, zwei, drei, oi, 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 oi. Was ist denn los? So. Der Schlangenmensch, der ist tot, hä? Der Schlangenmensch hat das Zeit... Das, nee, das, das... Ja, doch, das Zeitliche gesegnet. Nee, sag mal das. Das Zeitliche, genau. Nicht das Zeitliche. Das Zeitliche gesegnet. Alter, das läuft ja, Mann. Jo, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Kein Stress. Mich nicht blockieren. So, Rettung hat. Was soll wissen? Einfach mal reinhalten. Uah, Granate. Granate, Minion, pass auf. Ich sag's noch, Alter. Junge, Junge, Junge. Wenn ich das seiner Mutter erzähle, kriegt's wieder nichts zum Essen. Schade. Alter, lass sehen. 35 Kills. Alter. Beste Runde seit langem mal wieder.